die hau meine lieben reichs verkäufer und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren broads das video freunde es ist soweit es bin nur noch sieben wins dann haben wir die 3000 wins geschafft das ist auf jeden fall ein mega mega gratis archiv mit leute wir haben seit 1420 den weltrekord und mittlerweile bin ich bei fast 3000 mit dabei ist der gute swisser und der bc text leute text hat die ganze zeit schon mit geholfen im zweit und dritt account und hat seine brawler immer wieder runter getroppt mega mega ehre auf jeden fall swisser macht mittlerweile auch twitch checkt gerne swissers kanal ab nach dem video und leute ganz wichtig freunde lasst unbedingt mal daumen nach oben da lasst auch unbedingt mal ein kostenloses abo da falls ihr keine videos verpassen wollen es kommt aktuell jeden tag ein video und leute wir werden versuchen die 5000 wins hintereinander zu machen wird auf jeden fall im mega mega heftig und wir spielen hot zone diesmal ansonsten meistens seht ihr immer brawl ball aber als abwechslung beziehungsweise ist eine geile hot zone map da spielen wir hot zone mit mein lieblings brawler jesse und genau ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video let's go so let's go oh die spiel sogar eine freiheit kombo du mystisch leute mittlerweile ich sage euch ehrlich wir fähigen jetzt auch schon schwitzer kombos wir spielen nicht die beste kombo aber wir spielen hat es sind ja toll jetzt nur so von diesen 3000 wins haben wir vielleicht maximal also jetzt nicht geplant die leute die mich hat kennen oder uns fünf circa fünf wins haben wir bekommen ich glaube der spiel oder spiel spielt jeder spiel spielt wieder gerne und gedacht der gönnt weil er so komisch gespielt hat ja so jetzt schmeißen wir meine super ente hier hin aber leute wir können leider nicht jesse für die 3000 wins spielen weil meine spiel jetzt alles bis 600 und danach wechsel ich zu bellen auf zwei hat so langsam sind alle unsere brawler hoch leute ich habe noch drei brawler low so freunde let's go nächstes game oms angelo und cordelius so tech denkt sie wie uns das jetzt mitgemacht 2000 oder was 2000 und ich glaube ich aber 1600 1600 ist schon echt krass leute dann lasst auf jeden fall für diesen op helft support und daumen hoch da auf dem video 1600 games ist der bürger 1400 jetzt bei 1300 also 1600 mehr habe ich 1600 ja grob mit jonas 40 games 30 puki 10 20 so ja leute könnte hinhauen 1600 könnte echt hinhauen mega fast und er macht ja mit mir noch die 5k weil er lange weil er nichts besseres zu tun deswegen macht er mit mir die 5k ist noch ein weiter weg leute ich schreibe gerne jetzt in den kommentaren glaubt ihr schafft die 5000 mensch ich habe die leute gesehen die schreiben 10.000 schaffe ich 10.000 ist zu übertrieben leute aber der war 5000 auch schon voll übertrieben aber ja wir gucken mal wir gucken an freunde so freunde let's go nächste runde so doppelt mystisch ihr seht leute wir spielen jetzt nicht mehr so gegen irgendwelche 500er randoms wir spielen jetzt gegen irgendwelche 600er randoms mystisch randoms mystisch randoms ich fühle mich hier wie im ranking das stimmt mit diesen battlecarts ne ich bin einfach leute ich habe vier games ne fünf games oder vier games verloren ich bin nachher wieder l1 runter aber ich glaube nichts machen weil meine mails ja egal ja 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 die zisch tut alles ja ich fühle die heute ohne witz ne ich würde jesse die ganze zeit nur spielen aber ich kann jesse halt nicht spielen die ganze zeit weil irgendwann ist so hoch schon weil ich habe mir jetzt die extra aufgehoben bin für die wind also für die 3000 aber wobei ich glaube ich wechsle gleich noch zu bellen und dann spiele ich das letzte game mit jesse so freunde let's go nächste runde diesmal spiele ich bellen diesmal spielen wir deine ich bin mal gespannt wann wir die todesschwitzer fähig sind so ab wir kriegen schon oft triple power elf gegner leute oder mindestens zwei power elf auch in hyper charges hatten wir schon öfters vor allem in brawl ball wir spielen später wieder brawl ball ich bin jetzt aktuell nur hotzone weil wir unsere hotzone roller spielen sage ich mal da war es das hotzone brawler aber hotzone ist aktuell am chilligsten und wir gehen auf safe wins und wir gehen immer auf safe wins wir wollen wirklich versuchen wirklich so viele wins wie möglich ja genau leute wie gesagt ach so ich zeige euch mal kurz text sein account das ist sein profil ja ist auch ziemlich hoch ne er hilft uns die ganze zeit für die winstry er wird auch mit uns später an 35er push ne ja ich habe echt deutlich bock jetzt so auf 35er 100k push und sowas aber ich kann jetzt nicht einfach aufhören im winstry weiter zu haben wenn ich jetzt schon 3000 habe kann ich jetzt auch noch das meiste rausnehmen was geht das ist mega geil leute das text auf main account angelo hat der ist ja erst neu rausgekommen und kann einfach mit main account mitspielen und sonst hilft halt wirklich die ganze zeit auf dem zweiten account aber ich wollte ach so genau ich wollte unbedingt dass er mit main account mit dabei ist im video wenigstens für die 3000 bei 3000 ist dann wieder so eine zahl wo echt heftig ist aber davor davor ich habe den anderen getippt so leute let's go nächste runde zwei games noch dann haben wir es und ich bin echt sehr nervig ja 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 wir müssen viele prozente um bevor Chuck reinkommt zack noch da oben ja das ist ich hab ihn ich hab ihn da hat er seine und dies ja ja das ist schon da passiert pass auf dass er nicht auf den Gleisen steht ja ja das ist gut dass wir so ein early lead haben ja richtig ich hab ihn noch hab ihn auch oh ja War er noch da? Ja. Muss ich auch nicht, wie wir uns. Dachte die Banale tot? Okay, Chuck is down. Nice, schöne Tabs. Pass auf Chuck. Chuck ist wieder, Jungs. Sollen wir mal zuhören? Ja, Leute, ihr seht, wir müssen ein bisschen mehr fokussieren. Ich quatsch nicht mehr so viel Müll. Nur noch ein bisschen Müll. Nice, Jungs. So gut in diesem Game. So gut in diesem Videogame. So, Freunde, let's go. Wir kommen zum letzten Game für die 3000 Wins. Nice. Genau. Let's go! Oh, die kommt nicht mehr. Halb von der Zuss. Jess ist komplett low. Oh nein. Ist das? Wartet. Schauen wir den. Nice. Sehr gut. Geht nur nach oben, oder? Ich mach hier. Lami. Ja. Ich brauch noch eine. Ja, jetzt, jetzt geb ich sie auf. Jetzt geben die auf, Leute. Jetzt geben die auf. Aber ihr habt gesehen. Die haben getryert. Aber das ist immer so. Also, was heißt immer so? Oft, so. Die geben erst auf, wenn wir die wegklappen. Äh. Kann ich wenigstens auch so tun? Starplayer kriegen? Ja, ja, ja. Und dann so tun. So, als würden die schon die ganze Zeit aufgeben, ne? Ja. Kleinen Schlawien. Ich hab euch im Video. Ich hab euch im Video, Leute. Ihr habt's gesehen. Oh. Nice. Ja. Ja. Oh. Wir haben die 3000 Wins. Das wollte ich doch gar nicht. Freunde, dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ähm. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir die 3000 Wins geschafft haben. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst unbedingt ein Abo da. Checkt, wie gesagt, gerne das Wissers Kanal ab. Der streamt mittlerweile auch auf Twitch und sein TikTok werde ich auch unten verlinken. Und lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao. 1 2 2 3